Wir haben hier das Jagdset von der Rimaland UT90, komplett mit dem Tragenkoffer und Zubehör, d.h. wir haben ein Farbfilter, grün und ein Farbfilter in rot und eine magnetische Waffenhalterung. Wir gehen weiter zu der Lampe mit dem Akkupack. Wir haben hier ein Ladebord, d.h. wir können sie via USB-Kabel aufladen, daher das USB-Kabel ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dann ein Kabel-Schalter und die Bedienungsanleitung. So sieht es aus hier, das Set, UT90 Hunting-Kit. Ihr findet weitere Angaben, zudem auch im Onlineshop unter www.timaland.ch. Merci fürs Zuschauen und freue mich auf eure Nachrichten oder natürlich auch auf eure Bestellungen.